Ist das okay für den Ton? Ja. Erregen? Ja, ist gut. Okay, ich rede einfach lauter. Okay, hallo wir... Vielleicht zu formal. Okay, wir haben hier zur Untersuchung einen infizierten Fisch. Und wir benutzen hier dieses... Boroskop? Hallo? Um dem Fisch ins Maul zu schauen und zu sehen, ob er nur ein Einzelfall war oder nicht. Kommt ruhig mit. So, einführen. Okay, sitzt. Gut. Und... okay. Das, liebe Leute, sind Parasitenlarven. Uh. Erklär was dazu. Äh, naja, äh, Parasitenlarven sind... sind Kreaturen, deren Eier geschluckt werden von Fischen, tja, und dort schlüpfen sie dann. Im Bauch. Das ist ganz witzig. Aber solche Larven habe ich noch nie gesehen und weiß nicht, woher die Parasiten stammen.